Herzlich Willkommen zu meinem Battlefield 242 Trophäen Guide. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die Trophäe Nahkampf Spezialist freischalten könnt. Ich werde euch jetzt dann gleich zeigen, wie es verdammt einfach geht und dadurch wird es wirklich einer der einfachsten Gold Trophäen, die ihr je erspielen werdet. Das ist wirklich unglaublich, wie einfach das jetzt gleich gehen wird. Wir gehen zuallererst in den Portal Modus, hosten dann eine Sitzung bzw. da könnt ihr dann auch selbst, wenn ihr wollt, eine eigene Session erstellen, per QR Code oder wenn ihr in den Battlefield Builder geht. Genau, da habt ihr dann die Qual der Wahl. Solltet ihr meine Session nutzen wollen, was ihr sehr gerne natürlich machen könnt, geht ihr auf Erlebniscode und gebt dann den Erlebniscode ein, der unten in der Videobeschreibung eingefügt von mir wurde. Wenn ihr den dann eingegeben habt, kommt ihr hier zu Nahkampftrophäensitzung und die hostet ihr dann und da schauen wir doch mal zusammen rein. In der Sitzung angekommen, können wir dann direkt spawnen und ich erzähle euch eben noch nebenbei, was ich so für Modifikatoren eingestellt habe. Ihr seht, ich habe die Waffen, also alle Waffen, deaktiviert. Wir können uns schneller bewegen, der Gegner kann sich langsamer bewegen, der Gegner hat nur 100 HP, wir haben 1000 HP und wir regenerieren auch verdammt schnell und dadurch wird es wirklich zum ultimativen Kinderspiel für uns und ihr seht schon, wie langsam die sich bewegen. Schade, dass die jetzt schon auf die Weise drauf gegangen sind, aber das ist wirklich verdammt einfach jetzt. Das war schon mal der erste Streich. Der zweite, dritte, wer will noch? Nochmal. Selbst wenn sie euch erwischen, ihr heilt verdammt schnell und habt halt auch sehr viel Gesundheit insgesamt. Und ja, das macht ihr dann einfach 20 mal und schon habt ihr die Trophäe erhalten. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen und wenn es euch gefallen hat, sehr gerne liken und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Und in dem Sinne, macht's gut und ciao!